Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal ums Histogramm bei euch an der Kamera. Wer nicht weiß, was das Histogramm ist, das sieht ungefähr so aus wie hier oben und das könnt ihr euch beim Fotografieren auf euer Display oder auch oben in den Sucher einblenden lassen. Wie ihr jetzt das Histogramm für die richtige Belichtung eures Fotos nutzen könnt, das verrate ich euch im Video. Wofür brauchen wir denn jetzt das Histogramm beim Fotografieren? Das Histogramm beim Fotografieren dient uns als Kontrolle, ob unser Foto richtig belichtet ist. Die Belichtungsmessung zeigt uns ja nur an, ob die durchschnittliche Belichtung auf ein Foto richtig passt, aber die kann uns nicht anzeigen, ob wir ausgebrannte Stellen in den weißen oder in den dunklen Bereichen des Fotos haben. Und dafür könnt ihr gut so ein Histogramm zur Nutze nehmen. Wer nicht weiß, wie ein Histogramm aussieht, das ist hier solch eine Anzeige. Und das Histogramm stellt quasi die hellen und dunklen Bereiche in eurem Foto dar. Theoretisch ist es so, dass ein gut ausgeleuchtetes Foto das Histogramm in der Mitte als einen Spitzenberg quasi darstellt. Das kann sich aber unterscheiden, ob ihr zum Beispiel nachts fotografiert, ob ihr am Tag fotografiert, ob ihr den Himmelfiel fotografiert, ob ihr vielleicht dunkle Bereiche im Foto habt. Die müssen nicht ausgebrannt sein, aber je nachdem wird sich das Histogramm natürlich ein bisschen verschieben. Grundlegend könnt ihr euch merken, dass im rechten Bereich des Histogramms die Höhen, die Weißtöne angezeigt werden und im linken Bereich des Histogramms werden die dunklen und die Schwarztöne angezeigt. Das heißt, euer Belichtungsberg sollte sich immer so im mittleren Bereich des Histogramms bewegen. Dass das nicht immer richtig funktioniert, dass manchmal die Anzeige auch nach rechts oder nach links vom Histogramm wandert, das zeige ich euch jetzt mal in Lightroom anhand von Beispielen an Fotos. Um euch die Funktionsweise bzw. die Veranschaulichung des Histogramms besser erklären zu können, habe ich euch mal hier in Lightroom drei unterschiedliche Fotos geladen. Als allererstes schauen wir uns mal das Histogramm hier oben rechts in der Mitte an. Was sagt uns jetzt eigentlich das Histogramm aus? Das Histogramm zeigt uns an, nicht nur, ob es nur Über- oder Unterbelichtung gibt, sondern wie ist die Lichtverteilung hier bei uns auf dem Foto. Ihr seht schon, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, dann haben wir im mittleren Bereich die allgemeine Belichtungsanzeige. Wenn wir weiter nach links gehen, dann werden uns die Tiefen angezeigt, das heißt Grautöne, etwas dunklere Töne und im ganz linken Bereich haben wir Schwarztöne, das heißt einen sehr dunklen Bereich in unserem Foto. Wenn wir in den rechten Bereich gehen, dann kriegen wir hier die Lichter angezeigt und ganz rechts, dann haben wir Weißtöne. Und vor allem die Bereiche Weiß und Schwarz, die sind für uns wichtig, um eben erkennen zu können, auf der Kamera ist mein Foto über- oder vielleicht sogar unterbelichtet, damit wir mit der manuellen Belichtungskorrektur zum Beispiel hier nachbessern können. Jetzt ist die optimale Anzeige natürlich theoretisch eines Histogramms so, dass wir in der Mitte einen schönen Anstieg haben und der geht nach rechts dann wieder runter, also quasi wie so ein Berg in der Mitte unseres Histogramms. Das ist natürlich nur theoretisch so, denn ihr seht, wir haben hier ein Foto, was viele eher dunkle Bereiche hat. Gerade hier unten, das Wasser, ist eher dunkel und auch hier oben haben wir eine Abdunklung im Himmel schon drin. Das heißt, das Histogramm ist auf der rechten Seite schon, hat fast keinen Ausschlag mehr und das Ganze verlagert sich so ein bisschen in den linken Bereich. Das heißt aber nicht, dass hier Sachen bei uns im Foto unter- oder überbelichtet sind, sondern es sind alle Details vorhanden. Anders befindet sich das, wenn wir zum Beispiel ein Foto nehmen wie dieses hier. Dort habe ich einen Hubschrauber in den Himmel rein fotografiert. Da seht ihr schon, dass der Ausschlag des Histogramms jetzt plötzlich sich völlig nach rechts verlagert, also in die hellen Bereiche. Auch hier ist es nicht so, dass das Foto ausgebrannt ist, sondern es befinden sich halt mehr weiße, mehr helle Bereiche im Foto als dunkle. Und so verlagert sich hier entsprechend das Histogramm. Das müsst ihr natürlich beachten, wenn ihr fotografiert und das Histogramm auch zur Hilfsnahme nehmt. Wie könnt ihr euch jetzt also das Histogramm zur Hilfsstellung beim Fotografieren zunutze machen? Beim Histogramm ist es natürlich so, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr weder in den weißen Bereichen noch in den schwarzen Bereichen einen extremen Ausschlag habt. Das heißt, wenn das Histogramm hier ausschlägt, ich simuliere euch das mal, und zwar heben wir dafür mal einfach die Belichtung des Fotos an. Und wir haben dann hier einen Ausschlag ganz in die rechte Seite. Das seht ihr hier schon. Dann sagt uns Lightroom auch durch die Markierung hier dieser roten Bereiche, hier ist jetzt ein Bereich, der ist völlig überbelichtet, sind keine Informationen mehr drin. Und du hast hier quasi einen ausgebrannten Bereich in deinem Foto. Das wäre dann schwierig, das Ganze im Nachhinein wieder herauszuarbeiten. Und andersherum ist es genauso. Das heißt, wir gehen mit der Belichtung jetzt mal ein bisschen runter und dann seht ihr das. Das könnte jetzt zum Beispiel in diesem Fall auch ein Foto bei Nacht sein. Das heißt, ich hätte auch nachts bei wenig Licht fotografieren können. Wie es zum Beispiel auch in der Stadt ist, dann wäre unser Histogramm hier so dargestellt. Das heißt, natürlich die dunklen Bereiche im Foto würden überwiegen. Aber ich habe noch keine ausgebrannten Stellen. Wenn ich jetzt aber wirklich unterbelichtet hätte, dafür ziehen wir mal das Schwarz hier weiter nach links, dann seht ihr schon, dann kriegen wir auch hier eine Warnmeldung. Und dann seht ihr auch hier im Histogramm ganz links haben wir einen ganz spitzen Ausschlag, der hier auch wirklich anstößt links. Und das deutet definitiv darauf hin, dass wir hier einen unterbelichteten Bereich in unserem Foto haben. Und der wäre in diesem Fall tatsächlich hier der Hubschrauber. Das heißt, es wären keine Details mehr zu erkennen, beziehungsweise sehr, sehr schwierig rauszuarbeiten. Das heißt, hier müsstet ihr dann mit der Belichtungsautomatik, beziehungsweise mit der manuellen Belichtungskorrektur eingreifen und die Belichtung etwas anheben. Das machen wir mal hier, das simulieren wir mal quasi hier. Und dann seht ihr schon, dann geht die Spitze hier von ganz links aus dem ganz linken Bereich, aus dem tiefen Bereich geht sie heraus und dann sind auch wieder Details da. Wenn wir jetzt das Ganze wieder ein bisschen anziehen, dann seht ihr, dann hätten wir jetzt quasi der Theorie nach eine optimale Belichtungskurve. Das heißt, wir haben einen schönen Belichtungsanstieg in die Mitte der Belichtung. Das heißt, es ist ausgeglichen. Wir haben nicht zu viel Höhen drin, nicht zu viel Weiß drin, wir haben nicht zu viel Tiefen drin und haben auch nicht zu viel Schwarz im Foto. Das heißt, wenn ihr solche Belichtungskurve habt, bei euch im Foto, in der Kamera, in der Vorschau, dann kann das schon darauf hinweisen, dass euer Foto auf jeden Fall gut belichtet ist. Also auf keinen Fall überbelichtet oder auch unterbelichtet. Ihr habt also an den Beispielen gesehen, das Histogramm steht nicht immer in der Mitte, auch wenn das Foto richtig belichtet ist. Wenn wir viele helle Bereiche im Foto haben, dann wird das Histogramm nach rechts wandern und wenn wir viele dunkle Bereiche haben, zum Beispiel auch, wenn wir nachts fotografieren, dann wird euer Histogramm nach links wandern. Wichtig ist aber für euch zu wissen, dass ihr kontrollieren könnt, ob ausgebrannte Stellen in den Höhen oder in den Tiefen sind, wenn ihr eben einen ganz extremen Ausschlag entweder nach rechts oder nach links bei euch im Histogramm habt und das kann dann jeweils darauf hindeuten, dass ihr entweder ausgebrannte Stellen, Tiefen habt, wo einfach zu viel schwarz ist, wo keine Informationen mehr sind. Das heißt, dort ist das Foto unterbelichtet. Das heißt, ihr müsstet dann mit der manuellen Belichtungskorrektur die Belichtung ein bisschen anheben oder ihr habt eben einen extremen Ausschlag in den rechten Bereich vom Histogramm. Dann deutet es natürlich darauf hin, dass ihr überbelichtete Stellen habt. Einige Kameras haben hier sogar Überbelichtungswarnungen, die kann man sich einschalten und dann wird zusätzlich zum Histogramm werden, wie zum Beispiel bei Lightroom, diese Stellen dann farbig markiert. Das Histogramm ist also ein gutes Hilfsmittel, um zu prüfen, ist mein Foto korrekt belichtet. Auch alleine nur hinten aufs Display zu schauen, kann zum Beispiel schwierig sein bei der Beurteilung der Helligkeit des Bildes. Ich habe zum Beispiel hier festgestellt, dass es bei Canon bei der Air so ist, dass ich die Belichtung meines Displays zum Beispiel anheben muss. Das kann ich nicht auf dem Auslieferungszustand lassen, das ist mir einfach zu dunkel, da erkenne ich zu wenig Details. Jetzt ist es natürlich so, dass je heller ich mein Display hier einstelle, dann könnte ich natürlich denken, Mensch, mein Foto, das ist super ausgeleuchtet. Aber das Foto an sich ist dann vielleicht eigentlich zu dunkel. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen und da könnt ihr eben euch das Histogramm zunutze machen. Dann aufs Histogramm könnt ihr euch verlassen, egal wie dunkel oder wie hell ihr euren Monitor hinten an der Kamera eingestellt habt, auf das Histogramm, da ist auf jeden Fall Verlass. Also grundlegend könnt ihr euch merken, das Histogramm bei euch auf Foto sollte niemals ganz links den Ausschlag haben und niemals ganz rechts den Ausschlag, ganz links dunklen schwarz Bereiche, ist das Foto unterbelichtet in einigen Bereichen oder vielleicht sogar das ganze Foto und wenn der Ausschlag ganz rechts in die weißen Bereiche ist, dann ist euer Foto aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo überbelichtet. Das könnt ihr beachten und dann habt ihr eigentlich einen guten Mittelweg. Das heißt, den Berg, der sollte sich schön in einem mittleren Bereich bewegen und dann könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass euer Foto richtig belichtet ist. Vielleicht nutzt ihr ja selber auch das Histogramm zum Fotografieren, dann lasst mir dafür doch gerne mal einen Kommentar da. Nutzt ihr es einfach nur zur Nachkontrolle oder nutzt ihr es bereits, wenn ihr euer Foto macht? Da lasst mir gerne einen Kommentar da, das würde mich wirklich mal interessieren. Ansonsten, wenn ihr jetzt ein bisschen schlauer über das Histogramm seid, welche Funktionen hat es, was zeigt es euch eigentlich an auf dem Foto, dann lasst mir auch gerne dazu mal einen Kommentar da und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen hoch fürs Video. Ansonsten, wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt noch kein Abo dagelassen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.